Das Biberacher Schützenfest bei Donau3FM. Zwei Stück? Dankeschön. Ich sitze hier in der Zentrale, in der Schaltzentrale und der Kasse. Bei der Frau Buhmann, die hat nämlich hier auf dem Biberacher Viehmarktplatz ihr Kinderkarussell stehen, damit ein bisschen was hier für die Kids los ist. Und es ist auch gut besucht, Frau Buhmann. Ja, wir sind zufrieden und sehr dankbar, dass wir da sein dürfen. Man sieht auch das Strahlen in Ihren Augen. Jetzt geht's los. Das war die Hupe. Und jetzt dreht sich's. Das ist auch echt cool, mal hier drin zu sitzen bei Ihnen. Wie lange machen Sie das schon? Also wir, mein Mann und ich, wir machen das schon seit 38 Jahren selbstständig, sind aber in der sechsten Generation schon Schaustellerfamilie. Das ist ja der Wahnsinn. Und sind Sie immer auf dem Schützenfest in Biberacher? Ich glaube schon, dass ich das Kinderkarussell auch kenne, dass es normal oben steht, oder? Ja, das ist korrekt. Dieses Kinderkarussell steht schon 38 Jahre auf dem Gickelberg. Und davor waren die Vorfahren auch schon auf dem Schützenfest auf dem Gickelberg. Dann ist das tatsächlich genau das Kinderkarussell, auf dem vor knapp 20 Jahren mein Sohn gefahren ist. Und am letzten Wochenende meine Tochter, die ist nämlich jetzt mittlerweile zwei, dann sind die alle auf dem selben Karussell gesessen. Toll. Generationen, ja, absolut. Und das merken wir immer wieder, dass die Papas und die Mamas mit ihren Kindern hier kommen und sagen, da war ich schon drauf gesessen und das ist so schön. Was bedeutet denn für Sie Schützenfest, wenn Sie selber auch schon ziemlich lange jedes Jahr einmal kommen, vor allem, dass es jetzt endlich wieder stattfindet? Also es ist eine sehr traurige Zeit für uns gewesen. Wir Schausteller waren quasi ganz stillgelegt seit dem März damals, als das alles losging mit der Pandemie. Und wir sind jetzt ganz dankbar, dass ganz langsam die verschiedenen Veranstaltungen geöffnet werden, dass jetzt sich auch die Veranstalter bemühen, das Ganze zu verändern. Sie wollen jetzt was möglich machen und nichts mehr verbieten. Ich würde ja am liebsten jetzt auch noch eine Runde fahren, aber ich bin schon zu groß. Abschließend noch fällt mir eines vielleicht noch ganz wichtig, die Öffnungszeiten. Wie lange sind Sie da und wie ist geöffnet, dass die Kinder hier in Strömen zu Ihnen kommen können? Also wir sind noch da bis tatsächlich nächsten Sonntag, ganz regulär, wie das Schützenfest laufen würde und haben jeden Tag ab 10 Uhr morgens geöffnet. Ein schöner Schütze von ganzem Herzen und vielen Dank an die ganze Biberacher und alle, die das möglich gemacht haben, dass wir da sein dürfen. Super, also ich komme noch mal vorbei mit der Tochter und da kommt schon Ihre nächste Kundin. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß noch, viel Freude. Danke Ihnen. Dankeschön. Es ist wahnsinnig. Also Leute, freue sich. Kinder, freue sich. Nimmst mit, du darfst einsteigen. Steig ein. Das Biberacher Schützenfest bei Donau 3 FM. Donau 3 FM.